Ach, das ist mein Bananen-Video, mein Telefonat mit Faisal. Ja, das ist mein Instagram. Ja, okay. Huch! Wer ist das? Und dann so ein gekörntes Bild. Das ist Denise. Warte mal, Denise MSKI. Ja, Leute, eigentlich ist das ja eine geile Sau, ne? Ganz ehrlich. Dass sie mit Jonas gebrochen hat. Und dass sie wahrscheinlich fremdgegangen ist, einen Seitensprung gemacht hat. Und dann noch so ein Foto macht. Da sagt sie auch richtig so, ach Gottchen. Ja, Jungs, ich bin zwar nicht mehr vergeben, aber ach Gottchen, ich bin ja jetzt auch nicht so die Ehrlichste. Deswegen, good morning, was habt ihr so vor? Einer schreibt, kann es aber auch echt jede Frisur tragen. Ja, das kann sie wirklich. Wer lügt, der kann das. Na ja, wir bleiben mal dran hier bei Denise. Hehehe.